Deutsch lernen durch Hören Mit meiner Freundin bin ich heute in einer Bäckerei verabredet. Es ist eine alte Bäckerei und sie backen das Brot, die Brötchen und den Kuchen selbst. Es riecht gut. Die Bäckerei hat ein paar Stühle und Tische. Wir wollen einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Vor der Bäckerei treffen wir uns. Das riecht gut, sagt meine Freundin. Lass uns hineingehen, sage ich. Wir gehen in die Bäckerei. Es sind nicht viele Menschen da. Da sind die Bäckerin, ein alter Mann und eine Frau mit einem Kind. Wir gehen zur Bäckerin. Sie steht hinter einer Theke. Guten Tag, was darf es denn sein? Fragt sie. Ich sehe mir die Brötchen, den Kuchen und das Brot an. Es sieht gut aus. Wir möchten hier essen. Ich möchte ein Stück Erdbeerkuchen und einen Kaffee mit Milch und Zucker, sagt meine Freundin. Ich kann mich nicht entscheiden. Alles sieht lecker aus. Was können Sie mir empfehlen? Frage ich die Bäckerin. Sie lächelt und sagt, die Brezeln sind frisch aus dem Ofen. Sie sind warm und schmecken gut. Ich kann Ihnen Butter dazu geben. Butter und Brezel schmecken gut zusammen. Ich nicke und sage, dann hätte ich gerne eine Brezel mit Butter und einen Kaffee. Möchten Sie Milch und Zucker zu Ihrem Kaffee? Fragt die Bäckerin. Ich trinke meinen Kaffee mit Milch, antworte ich. Wir bezahlen und setzen uns. Es dauert ein paar Minuten. Die Bäckerin bringt uns den Kaffee, den Erdbeerkuchen und die Brezel mit Butter. Guten Appetit, sagt sie. Meine Freundin und ich genießen es. Die Brezel mit Butter schmeckt sehr gut. Deutsch lernen durch Hören und die Brezel mit Butter schmeckt sehr gut.